Ich sehe auch schon genau, wo ich hingehe. Gar weiter in Lübe. Publikum, grölen bitte. Juhu! Juhu! Oh nein! Hallo! Wow, das war ja nicht schlecht, oder? Das war wirklich geil. Aber es war wirklich gut eigentlich. Vor allem eine unglaublich stabile Fluglage. War toll. Das macht doch nicht schneller.